Wenn du auf der Suche nach dem ultimativen Heimkino-Erlebnis bist, brauchst du die passenden Voraussetzungen dafür. Wir haben die Lösung für dich, denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von 55 Zoll Fernsehern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Sony Bravia. Egal, ob du Filme und Serien in hoher Qualität genießen möchtest, auf der Suche nach einem beeindruckenden Sounderlebnis bist oder deine Gaming-Skills auf die nächste Stufe heben willst, dieser Fernseher hat alles, was du brauchst. Lass uns über die Bildqualität sprechen. Der Xeins Prozessor ist das Herzstück dieses Geräts. Er analysiert Inhalte in Echtzeit und verbessert sie in Verbindung mit Dolby Vision, um dir helle, farbenfrohe Bilder zu liefern, die dich direkt in das Geschehen ziehen. Und der Klang? Oh, der ist einfach unglaublich. Dank der einzigartigen X-Balanced Lautsprechereinheit erhältst du hochwertigen Sound und kräftige Bässe, die dein Klangerlebnis auf ein neues Level heben. Aber das ist noch nicht alles. Das Design dieses Fernsehers ist einfach umwerfend. Im typisch minimalistischen Sony-Stil gehalten, lenkt er nicht von dem ab, was wirklich zählt, dem Bild. Mit seinem Hairline-Finish und dem Slim Blade Zwei-Wege-TV-Standfuß fügt sich der Bravia nahtlos in jede Einrichtung ein und wird garantiert zum Blickfang in deinem Wohnzimmer. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Fernseher auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Philips Ambilight TV. Das Ambilight-Feature ist das, was diesen Fernseher wirklich einzigartig macht. Stell dir vor, dein Zimmer verwandelt sich in die Szene auf dem Bildschirm, als ob du mittendrin wärst. Mit dem dreiseitigen Ambilight passt sich das Licht an die Wandfarbe an und schafft so eine immersive Umgebung, die dich förmlich in den Film hineinzieht. Und wusstest du, dass dieser Fernseher auch ein Smart-TV ist? Mit Google TV hast du Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Inhalten, von Netflix über Disney Plus bis hin zu Amazon Prime Video. Und dank des integrierten Google Assistant kannst du den Fernseher ganz einfach per Sprachsteuerung bedienen. Aber nicht nur für Filme und Serien ist dieser Fernseher perfekt, auch für Gaming ist er eine absolute Wucht. Mit Funktionen wie Auto Low Latency Mode, HDMI 2.1 und AMD FreeSync Premium erlebst du Gaming in einer ganz neuen Dimension, ohne Verzögerungen oder Ruckeln. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Samsung Neo QLED 4K 55 Zoll Fernseher vorstellen. Er liefert nicht nur gestochen scharfe Bilder in 4K Qualität, sondern auch faszinierende Details, die du bisher vielleicht noch nie gesehen hast. Es ist wie Magie für deine Augen. Aber das ist noch nicht alles. Mit Dolby Atmos und den Top Channel Lautsprechern erlebst du einen Sound, der dich umhauen wird. Es ist ein multidimensionales Erlebnis, das dich mitten ins Geschehen versetzt und dich vergessen lässt, dass du eigentlich nur zu Hause sitzt. Und dann ist da noch das Infinity One Design. Es ist nicht nur ein Fernseher, sondern ein Kunstwerk, das deinem Wohnzimmer einen Hauch von Eleganz verleiht. Es ist minimalistisch und doch so beeindruckend. Ein Blickfang für jeden Raum. Aber das Beste kommt zum Schluss. Mit dem Attachable Slim One Connect and One Cable Solution gibt es kein Kabelgewirr mehr. Es ist so einfach, dein Zuhause aufgeräumt und ordentlich zu halten. Kein Ärger mehr mit unansehnlichen Kabeln, die den Raum verunstalten. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen 55 Zoll Fernseher.